Hey Leute, was geht? Wir haben hier ein Preview für Patch 11.2 und es wird dann doch etwas dicker als gedacht. Wir haben nicht nur Item und Rune-Nerfs und Item-Buffs und Adjustments und Champion-Nerfs und Champion-Buffs, sondern wir haben ja auch nochmal einige extra Sachen mit einem Quick-Update. Elites wird ebenfalls genervt, Atrox Changes gibt es auch nochmal, Power-Shift von der Healing-Werk. Und Krakenslayer bekommt ein Damage-Nerf von On-Hit-Modifiers wie Katharina Aphelos-Ogon. Das heißt, diese Champions werden hier ebenfalls nochmal mitgenurft. Es ist ein Riesen-Patch und ich möchte versuchen, das relativ schnell mit euch durchzugehen. Und da fangen wir auch eben einmal sofort an, Leute. Revenous-Hunter wird genurft um 0,3% pro Stack, den ihr habt. Es ist aber auch nur pro Stack, das ist nicht der Base-Wert. Das bedeutet, wir können hier 0,3 mal 5 nehmen und ihr bekommt 1,5% Omni-Healing weniger. Ähm, das ist ein guter Nerf, den würde ich hier nicht unterschätzen. Technisch gesehen hielt man sich hier aber immer noch sehr, 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 sehr gut was weg. Es wird einige Champions geben, die es mehr beeinflussen. Es wird andere geben, die es weniger beeinflussen wird. By the way, Rip Jin, by the way. Ich glaube, das ist schon sein 20. Nerf, gefühlte Folge. Entweder direkt oder auch indirekt. Denn im selben Patch wird auch hier wieder seine Gale-Force genervt. Aber das ist eine andere Sache, ja. Wir kriegen hier noch mit Nummer 3 weitere Nerfs rein. Es würde mich nicht wundern, wenn man das AD-Scaling von Gale-Force nerven sollte, wenn ich ehrlich sein soll. Es ist sehr, sehr hoch bei 45%. Währenddessen andere Assassin-Mythics bei, ich glaube, 25% AD-Scaling sind, was im Vergleich schon mal sehr krass ist. Ja, schon mal sehr, sehr krass. Bei Hexing, Rocket-Belt und Mandate weiß ich nicht ganz, was uns erwartet. Aber ich finde die Richtung mit Revenous-Hunter und Gale-Force generell sehr gut. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob Rocket-Belt ein Problem ist. Ich habe das Item noch nie problematisch angesehen. Imperial-Mandate, okay. Kann ich irgendwo verstehen, weil das mittlerweile fast jeder Support damit nimmt. Aber ja, Tanks, Leute. Tanks kriegen hier massive Changes auf ihre Items. Und zwar wird der Turbo-Champ-Tank hier verändert. Er kostet schon mal weniger, was sehr gut ist für die Support-Tanks. Genau deshalb auch wie Frostfire-Gauntlet. Ja, vieler kostet weniger, ist wirklich sehr, sehr sexy. Dementsprechend werden auch die Stats drauf geändert. Wir sehen hier ein bisschen mehr Ability-Haste, dafür weniger Amor beim Frostfire-Gauntlet. Währenddessen der Turbo-Champ-Tank mehr Ability-Haste gibt, dafür weniger MR. Und die Mythic-Passive wird verändert auf Tenacity und Slow Resistance, stattdessen auf Ability-Haste. Und das ist ja aber ein bisschen komisch, weil es ist cool, dass auf dem Champ-Tank Tenacity und Slow Resistance drauf ist. Denn es ist ja das Engage-Item und durch mehr Tenacity und Slow Resistance kann ich besser engagen. Auf Ability-Haste zu wechseln, uff, weiß ich jetzt nicht so unbedingt. Frostfire-Gauntlet, okay, ist sehr schön auf Supportern. Also es sollte tatsächlich auf sowas wie Leona zum Beispiel nochmal um einiges mehr valuable sein als eine Locket. Nicht, dass ich sage, dass Locket bad ist, Locket erfüllt dann eher so eine Nische selbst. Aber das Item selbst ist völlig in Ordnung, gerade auch mit der Stat-Reduction. Weniger Amor juckt Leona als Beispiel nicht oder vielleicht ein Alistar oder sowas. Wobei ich glaube, Alistar würde sich dann auch eher über den Champ-Tank freuen, to be honest. Vielleicht nur, weil da Tenacity drauf ist, aber das ist nochmal eine völlig andere Sache für sich. Generell sind diese beiden Items sehr gut verändert worden, sodass auch gerade Supports, tankige Supports, mehr davon mitnehmen können. Gargolestone-Plate kriegt echt gar nicht mal so schlechten Buff, ne. Der Fortify-Increase geht von 3 auf 5% hoch, was einfach bedeutet, ihr könnt bis zu 10% mehr Resistenzen bekommen, was super ist. Also ich finde, das Item ist ein bisschen underrated, wenn ich ehrlich sein soll. Liegt natürlich daran, dass es eher so eine Art Tank-Grabadons ist. Das heißt, als sechstes Item oder als fünftes Item ist es um einiges interessanter. Leider sehen wir nicht so viele Tanks. Support-Tanks kommen auch nicht unbedingt auf ihre Fool-Bills, wobei sie jetzt ein bisschen besseren Weg dahin haben, eben weil hier die Items davor immer vieler und Gold weniger kosten. Aber ich denke, das ist das Hauptproblem. Es ist ein Late-Game-Item. Da machen diese Resistenzen gar nicht mehr so viel aus im Vergleich. Es sei denn, man holt es sich früher, aber dann holt es sich meistens nicht. Kommt aber auch immer auf die Team-Compse an. Also es müssen Teams sein, wo beide Teams immer auf die Frontline draufgehen. Haben wir vielleicht meistens eher einen Pro-Player. Bisschen weniger Solo-Q. Essence Reaver gibt mehr Mana, ja. Der Mana-Restore ändert sich jetzt auch von 3% Max-Mana auf 40% Base-AD und 600 Bonus-AD. Ich glaube, einer hatte mal ausgerechnet auf Reddit. Vielleicht irre ich mich gerade. Ab 200 AD ist es auf Plus-Minus-Null. Und je mehr AD ihr habt, desto mehr Mana bekommt ihr wieder. Aber was jetzt wirklich so ist, Leute, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht ausgerechnet. Aber es soll ein Buff sein, von daher. Adjustments, ja. Sunfire Aegis von Ability-Haste auf Teneslens Slow Reduction ist ein dicker Nerf-Feeds-Item. Ist ein dicker, 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 dicker Nerf fürs Item. Ist halt die Frage, okay, das Item wurde jetzt nicht mehr so hart abused, ne. Aber die meisten Leute, die es sich geholt haben, haben es sich auch hauptsächlich geholt, weil da Ability-Haste drauf ist. Wenn ich ein Tank-Item möchte mit Ability-Haste, müsste ich mir den Champ-Tank holen. Für Amumu zum Beispiel ist es jetzt eher ein Müll-Item. Er hat sich sehr über die Ability-Haste gefreut. Ähm, klar, Teneslens Slow Resistance ist auch nochmal sehr, sehr cool. Ähm, aber was macht ihr wirklich sehr viel aus? Ich glaube, dass auch, dass gerade Zag darunter am meisten leidet. Ähm, und Szechuani, so diese wahren Tanks, weil die mit Teneslens Slow Resistance grundsätzlich nicht so viel anfangen können wie andere Champions. Ja. Seel-Items, 100 Gold teurer, 5% mehr Attack-Speed. Ähm, ich stelle mir da so die Frage, was Writer erreichen möchte. Ähm, ich meine, PD habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Kein Champion kauft sich PD. Ähm, und Runans, okay. Ich glaube, bei Runans ist das Ding, dass es weniger Attack-Speed gibt, wenn ihr das Item beendet. Und dadurch wollen die das ausgleichen. Maybe hat PD ja genau dasselbe Problem. Äh, weiß ich nicht genau. Aber 100 Gold mehr auf den Items ist jetzt nicht zu wild, ja. Es ist jetzt kein 400, äh, Gold-Spike. Klar, wäre es kacke, wenn man so ein Item ein bisschen später bekommt. Ähm, aber dementsprechend kriegen wir da auch nochmal ein bisschen bessere Stats-Off. Umbri-Glaive. Oh mein Gott, Leute, ist das ein dicker Buff für Pyke und für Senna. Ich glaube, das sind auch die zwei größten Abuser von den Items. 200 Gold weniger für 5 AD weniger. Ist saftig. Das ist saftig sein Uronkel. Ähm, klar, es ist nicht mehr so stark. Dafür spiked es früher. Serpent-Sfang, 200 Gold weniger, für 5 AD weniger und das Item früher zu bekommen, ist ebenfalls saftig. Ich hab noch nie Serpent-Sfang gebaut. Ähm, ich, maybe gibt es so certain Match-Ups, wo man es nicht kaufen kann. Ähm, aber generell, wenn man das Item möchte, 200 Gold weniger, ist wirklich sehr viel für 5 AD weniger. Klar, im Late-Game ist es immer noch ein Nerf. Ja, weil man dann, wenn man dann Full-Bild hat, hat man dann 200, äh, hat man dann 5 AD weniger. Aber selbst wenn im Late-Game jucken 5 AD dann auch nicht mehr so viel. Gute Changes. Champunk Chainsword. Kosten gehen um 100 Gold runter. Dafür gibt es 50 Leben weniger. Ähm, das find ich auch total in Ordnung. Das ist halt das Healing Reduction-Item. Ähm, man kriegt halt früher das Item eh wieder zurück. Äh, nee, man kriegt halt früher das Item. Ähm, ist okay. Ja, das ist okay. Gut, es sind erst keine 200 Gold, aber die Stats, die ich verliere, sind ja jetzt auch nicht so wild. Total in Ordnung. Total in Ordnung. Denn ich kauf das Item eh nur für die Utility meistens. Ja. Shuridias, Leute. Und das ist jetzt ein interessanter Change. Das Leben geht runter. Hm, 150. Ja. Die, ähm, Momentspiel wird ja auch nochmal angegriffen. Äh, wird ja halt auf, auf AP verändert. Und Base Mana geht halt hoch. Äh, jetzt ist hier das Ding. Es ist tatsächlich für AP Champions mehr viable, sich Shuridias zu kaufen. Ich könnte rein theoretisch, ich sag jetzt nicht, dass das gut ist, sagen, ich kaufe mir dieses Item auf meiner Lulu. Ja, warum? Da ist jetzt auch noch AP drauf. Könnte sein, ich hol's mir auf Nami. Warum? Da ist jetzt auch nochmal AP drauf. Ja, und nochmal ein bisschen mehr, mehr, mehr Mana Rack. Ähm, das bricht dieses Item ein bisschen mehr auf, weil auch, im Normalfall hat er auch eher Enchant an sich das kaufen. Ähm, vielleicht ist es für Rakan einen Nerf, weil er die Movespeed schon mag. Sonst ist es an sich ein guter Change. Kommen wir zu den Champion Changes. Ja, ähm, wie gesagt, ich versuche es, ich versuche es, ich versuche es, ich versuche es, ich versuche es eben einmal ganz schnell zu machen. Äh, Arthrox, Sustank gerade zu viel, kriegt Nerf. Olaf, Sustank gerade zu viel, kriegt Nerf. Darmus mit Stridebreaker ist einfach nur broken. Ähm, die meinte auch, oder was hatten die nochmal hier gesagt? Changes more of a neutral, äh, shifting power from the healing. Genau. Ähm, sein Healing Amplifier durch Ulti wird nicht mehr so krass erhöht. Ähm, vielleicht geht er dafür ein bisschen mehr Damage oder sowas. Wobei ich nicht denke, dass das Problem ist. Vielleicht ist es dann doch ein bisschen mehr Tankiness. Dann müssen wir nochmal nachgucken. Olaf, Leute, Astro Strong, kleed den Jungle schnell, abused alle Items ziemlich gut, die es mit Sustank gibt. Ähm, sehr stark einfach generell. Ja, der freut sich auch gerade in, 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 in der jetzigen Meta. Darius mit Stridebreaker, eine seiner Schwächen, was Kiten ist, wurde hiermit quasi effektiv entfernt. Der Champion ist mega Astro-Tobo-Strong, hat seine Nerfs verdient. Nun, nun, Leute, einer, ich glaube, er ist der größte Elon-Flate am Jungle, seit locker 10 Patches oder sowas. Kann zu gut ganken dafür, dass er, äh, kann die ganze Zeit ganken. Ähm, hier wird auf jeden Fall der Schneeball angegriffen. Ähm, safe call. Bei Darius wird, 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 kann ich mir sogar echt vorstellen, dass man seine Base-Movement-Speed, äh, angeht. Movement-Speed nur von 5 oder so. Hört sich jetzt vielleicht nicht da viel an. Äh, macht aber für einen Champion wie Darius doch auf Dauer viel aus. Ähm, bei Nuno hat er Schneeball-Coulon. Entweder geht der Schneeball-Coulon höher, ähm, oder man senkt die Stärke des Schneeballs. Aber es ist halt die Frage, was soll Nuno sein? Maukes Support. Ähm, es wundert mich tatsächlich, dass er so auf einmal, äh, gekommen ist. Hier gibt's so ein bisschen mehrere Optionen. Ich denke, dass Stride die Zepplinge angreifen wird. Weil die Zepplinge, ähm, auch so viel Damage machen. Und auch sehr, sehr, sehr viel Pressure in die Lane selbst reinbringen. Äh, entweder ist es der Coulon der Zepplinge oder der, der Damage. Ja. Akali! Uff, uff, wie kann ein Champion nur so oft genervt werden wie Akali? Ey, Leute, muss ich dazu irgendwas sagen? Also, die holt sich ein Item, die killt jeden Squishy in drei Leuten drinnen, weil sie eh ihre Smokescreen hat. Also, ich denke, es wird wieder ein Damage-Nerf kommen. Ich denke, hier wird wieder einfach ein Damage-Nerf da sein. Ja, gerade so Champions, die in Richtung Night Harvester mit Lichbane abusen, die flippen immer mega, mega aus. Akali kann da Fick drauf geben. So, die flippt halt auch so schon aus. Buffs. Mundo. Also, es wundert mich eher, dass Riot Mundo buffen möchte, weil der Ebert seinen Rework bekommt. Ähm, aber von mir aus, ich meine, welches Problem hat Mundo? Mundo ist im, wird meistens eher im Jungle gespielt. Da ist er zu Squishy im, im, im Early-Game dafür. Scaled aber wie ein Monster. Auf der Top-Lane ist es so, also generell der Champion funktioniert eher gut gegen AP-Damage. Ich denke mal, man wird ja sein W angehen, most like ihm. Und ihm dann dort ein bisschen mehr Damage auf Monster geben, sodass er dort den, den Jungle ein bisschen vernünftiger klären kann. Trundle, Leute, ist eh immer hin und her. Hier kann Riot alles angehen. Ähm, ich denke aber, es wird nicht seine E sein, sondern man wird eher die Coole und seine Ulti senken. Oder ihm ein bisschen mehr Movement-Speed oder Tag-Speed auf seiner W geben. Sie werden nie wieder die E buffen, zweifelig mal einfach. Weil es ihn als Support dann halt reinholen sollte. Shaco, Leute, mega Astro-Müll, seitdem er, ähm, seitdem das Tier mal weg ist. Ich denke an Buff auf die Boxen, dass die mehr Damage auf die Camps machen. Ja, genauso auch so wie damals mit Rengar zum Beispiel. Bei Nocturne, denke ich, oh. Das ist schwierig. Wo ist Nocturne's Problem? Seine Items wurden genervt. Das heißt, er hat wahrscheinlich weniger Damage. Ähm, ich denke mal, wir kriegen hier leichten Damage-Buff. Ich denke mal, es wird nix innerhalb des Jungles sein. Innerhalb des Jungles ist er noch fein. Äh, LeBronk. Mana, Digga. Gibt einfach ein bisschen mehr Mana. Das Gefühl, LeBronk geht mega Astro um. Ja. Vielleicht werden wir auch hier ein bisschen cooler und sehen. Ich denke nicht, dass Riot hier den Damage anfassen wird. Zweifel ich dran. Zweifel ich hier einfach sehr, sehr hart dran. Caitlyn. Ähm, ja, Leute. Die jetzige ADC-Meta ist natürlich, äh, wer Galeforce abused, der abused Galeforce. Und Caitlyn ist, was das angeht, nicht ganz so stark dabei. Klar, sie holt sich auch das Item. Ähm, aber sie kann das Item nicht so offensiv benutzen wie andere Champions, weil sie ja meistens eher auf einer höheren Range arbeitet. Das heißt, sie nutzt hier eher die Mobility aus. Währenddessen andere Champions, sie countern ab dem Moment, wo sie Galeforce haben, weil sie dann auch leichter an sie Gap closen können und sie dann auch nochmal wegbursten können, was sie nicht mag. Ähm, ich hoffe nur, dass Riot ihr Early-Game nicht bufft. Davor habe ich immer am meisten Angst. Aber dann sind wir wieder in einem Game, wo jeder noch Caitlyn spielt, was Astro-Wack ist. Warum spielt niemand Lethality-Caitlyn? Egal, spielt auch Lethality-Caitlyn, no? Ist das nicht voll krass? Vielleicht spiele ich das mal. I don't know. Ähm, Varus. Okay, Leute, bei Varus ist immer ein Problem. Soll er Poke sein oder soll er Attack-Speed sein? Ähm, die Leute spielen, wenn sie Varus spielen, momentan eher Poke-Varus. Ich denke auch, dass Riot ihn so fein findet. Ähm, und wir werden hier wahrscheinlich Buffs für Attack-Speed sehen, sodass man Varus auf beide Möglichkeiten spielen kann, was ihn im Pro-Play wieder zu Pick-Bun machen wird, weil du ihn auf mehrere Rollen flexen kannst, weil er mehrere verschiedene Playsides machen kann. Es ist schwer dagegen zu adaptieren, Leute. Varus wird Pick-Bun sein. Senna. Sehe ich gar nicht mehr. Liegt wahrscheinlich daran, dass alle ihre Items komplett weggenurft worden sind. Äh, alles, was sie wirklich mag. Ich würde es cooler finden, wenn Riot, ähm, ein bisschen mehr um die Seelen herumspielen würde. Aber dass die Seelen auch in einem Support-Bild helfen. Ich denke, man könnte Senna wieder Richtung Support-Bild drücken. Ähm, leider fehlen ihr dafür die dementsprechenden Scalings. Und ihre Seelen scalen erst gar nicht damit, wenn man sie Support spielen möchte. Ähm, was natürlich etwas doof ist. Soraka leidet darunter, dass einfach Healing Reduction gerade sehr, sehr, sehr stark erst immer überall mit da ist. Äh, Soraka hatte früher die Möglichkeit, Healing Reduction mit ihrer Ulti zu entfernen. Ähm, würde es vielleicht interessant finden, den Heal ihrer Ulti zu nerfen und dafür zu machen, dass sie Healing Reduction entfernt und das Ziel dann auch für die nächste W, die sie auf ein Ziel macht, ähm, dann auch den vollen Heal bekommt. Frontaner Beispiel, Spannert, Spannert Beispiel einfach nur. So, Illys, Leute, muss genäubt werden. Muss genäubt werden. Night Harvester, Lichband Illys, too fucking strong. Too fucking strong. Äh, Kraken Slayer, weniger Damage auf Katharina Aphelos. Oh Gott, da freue ich mich darüber. Ähm, aber nicht jede Katharina Bar und Kraken Slayer. Ich hatte gestern eine, die Spork gegangen. Ne, war's gestern? Vorgestern oder so. Die Spork into Riftmaker gegangen und genau dasselbe Problem. Sie hat Physical Damage, sie hat Magic Damage und sie hat trotzdem noch True Damage durch den Riftmaker mit Master Stain, weil sie auch nochmal Conqueror mit dabei hat. War auch sehr schlimm. Ich finde, Katharina sollte das gar nicht on the spotten dürfen. Gar nicht. Bei Urgott finde ich es okay. So, der ist im Vergleich noch etwas mehr squishy. Aphelos sehe ich eh nicht. So, keine Ahnung. Ähm, aber ich finde das einfach alles mega weird champ. Oh, okay gut. Ich hoffe, ich habe schnell genug alles durchbekommen. Ähm, ich finde, es ist grundsätzlich ein guter Patch. Die Richtung in die Ride gehen möchte, finde ich okay. Ähm, Revenous Hunter Nerfs finde ich sehr gut. Dass die Tank-Items fürs Tank-Supporter aufgebrochen werden, finde ich sehr gut. Ähm, dass, äh, Darius, Nunu, Akali und, äh, äh, und, und teilweise Katharina auch ihr Nerf bekommen, finde ich völlig okay. Die Champion-Buffs finde ich auch total okay. Das wird ein ordentlicher Patch. Also, das geht hier mir, das geht mir hier an sich wieder in eine vernünftige Richtung. Es gibt zwei Sachen, ne, drei Sachen, wo ich Angst habe. Einmal Shaco-Buffs. Dann Varus-Buffs. Ja. Und dann auch nochmal die, äh, Buffs auf Soraka. Weil, wenn ein Healer zu stark ist, kann sich das Game sehr kack anfühlen. Aber ihr könnt ja wie immer eure Meinung dann in die Kommentare reinschreiben, Leute. Ich bin da auch erst mal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin da auch erst mal weg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017